Ein Preisträger, das heißt, ich werde gleich in Englisch sprechen müssen. In Deutsch noch, die Preisträgerin weiß nichts von ihrem Glück. Das Spielchen haben wir schon mal mit Jessie Martens gemacht. Jessie, bist du hier irgendwo? Sie wusste damals nicht, dass sie... Sie dachte, sie würde den Preis überreichen an Inga Rumpf. Da habe ich sie ein bisschen gefoppt. Und da ist sie auf der Bühne stand ein gewisses noch. War sie total fertig mit ihrer kleinen Welt. Probieren wir es heute nochmal. So. Laudatio German Peace Award 2013 Honorable Prize. Er ist wirklich ein all-arounder Mensch. Er hat eine wunderbar, warm und mellow voice. Er ist ein excellenter Drummer und ein großartiger Gitargler. Er composes wunderschöne Melodien. Und seine Lyrics sind mit Storien aus der Realität. So, seine Solo-Konzerte sind voll von großen Emotionen der Realität. Wenn er sitzt auf der Ebene, immer ein bisschen shy, er beginnt mit einer kurzen Geschichte über den Song, eine kurze Moment der Konzentration. Und dann beginnt er zu spielen. Er dauert nur eine kurze Moment, und alle listeners sind sehr nahe mit ihm. Überwärmt von seiner Intensität und Autensität, Sometimes the people are so close that they nearly forget to spend applause. Seriously, he is one of the best European artists performing the old music from the South. Blues, roots and folk blues. He is a real and true connecting link between the old school and nowadays themes. Listen to him and you get an unforgettable imagination of his life as a musician and human being. This year, he performed with a German partner at the International Blues Challenge in Memphis and reached the semifinals. So, he is an ambassador of the European Blues too. Congratulations from the Baltic Blues Society to Tim Lothar Pedersen from Denmark. Wooo! Vielen Dank, vielen Dank. Elvengeil. That was fantastic. Fantastisch. Ich bin sehr, sehr honnend. Ich weiß nicht, was zu sagen. Das war eine große Überraschung für mich. Ja.